In der Zeit von Ende November bis Ende Januar findet ihr in Bochum, Altenbochum, am Freigrafendamm eine Weihnachtsbaumallee vor. Die über 100 Weihnachtsbäume wurden von den Stadtteilfreunden e.V. gestiftet und von Kindertagesstätten, Schulen, Anwohnern und Freiwilligen geschmückt. Die festlich illuminierten Weihnachtsbäume laden zum Durchwandern, Verweilen und einfach nur zum Einschauen an. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und bleibt gesund! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020